weihnachten jetzt fertig machen für die kirche draußen ist kalt ist regnerig deswegen ich hatte mir schon mal einen schönen schirm gekauft ja schön holzgriff und hat keine ahnung ich glaube über 1,50 spannweite da kann ich jetzt die ganze kirche mit abdecken falls rein regnet also nicht schlecht und schönes massives holz da kann man auch richtig so gut heute nicht heute ist weihnachten heute benutzen wir das mehr so geht alles ziemlich alles ziemlich eng ist auch fest geworden bin kann man gar nicht erkennen ich zeige euch mal gleich ein paar schuhe noch extra zugelegt ich wäre so lange den bauch einzuziehen damit man die schuhe sieht ich mag das dass du keine schnürsenkel hast du schlupfst einfach rein das ist optimal ich mag das wirklich sehr aber gleich mal los so und wenn ich wieder komme die geschenke aufmachen auch meine große tochter hat mir ein paket geschickt bin ich auch gespannt was da drin ist gut dann gehen wir mal los windig regnerig und jetzt ab zur kirche jetzt sind wir auf dem weg zur kirche vor uns ist die kneipe ich hoffe jemand hat ja zu mal mit dem gottesdienst vorliegt bei der messe ein riesiger schirm ein riesiger schirm nein ist ja fast ein sonnenschirm ein riesiger schirm ein riesiger schirm ein riesiger schirm ein riesiger schirm ich habe ein riesiger Stille Nacht, heilige Nacht, Hirte, nirgst, gut gewacht, Blut, der Wälder, alleluja, Töntes laut von fern und nah, Christ, der Wälder, alleluja, Christ, der Wälder, alleluja, Christ, der Wälder, alleluja, Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh, wie lacht ihm aus deinem örtlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund, Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt, So, jetzt Geschenke öffnen, I opened the gift, The card from my wife, Carlotta, Mit einer Hand zu öffnen, ist auch nicht so, hey, very sweet, und Thank you very, very, very much, darling, These make me very, very proud, and happy, and oh my lord, black, this is my color, my favorite color, oh, like a teddy bear, it's very good for my cold house, thank you very, very much, Oh, this is for the raining, yeah, when the roof is broken, and inside comes the raining, it's very, very cute, oh, very nice, thank you, thank you, thank you, thank you very much, darling, I love you, thank you for the sweet gift, I love you, wow, this gift is from my big daughter, and from my, oh, I don't know in English, son-in-law, yeah, son-in-law Sam, and my grandchild, Lion, Leon, oh, I'm sorry, I don't know this English name, oh, it's very sweet, oh, very good, a wine, yeah, red wine, it's very good, mmm, yummy, come on, we put out, I can put later in, oh, open, oh, postman, oh, very sweet, oh, I open later, I cannot do with one hand, oh, thank you, thank you, thank you, Janina, Sam, and Leon, mmm, yummy, yummy, oh, marzipan-kartoffeln, mmm, very, very good, mmm, mmm, den Gutschein gebe ich Leonie, dann übermorgen, prima, oh, tut mir leid zu essen, kann ich ihr nichts geben, das muss ich, das hält das so lange hält das so gar nicht, Schatzi, aber sie mag sie keine Marzipan, aber ich, mmm, guck, so, ich wünsche meinen Kindern, eine frohe Weihnachten, und besinnliche Feiertage, Janina, Tobias, und, äh, und Leonie, macht's gut, und, naa,